Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne hatten mich gefragt, ob ich wieder einen WM-Blog mache, ich habe gesagt ja und habe mich jetzt wieder daran erinnert, deswegen versuche ich mal einen zu machen, es ist hier ein bisschen dunkler, damit das Video schön dunkel bleibt und wenn ich, na nicht so groß wird, je mehr Licht im Video ist, desto größer wird die Datei am Ende, die ich hochladen muss und damit jetzt alles ganz schnell geht, lasse ich es hier ein bisschen dunkler. Das Ding ist halt auch, ich weiß, dass irgendeins von meinen Renderingprogrammen Scheiße baut und manchmal den Ton hinten abschneidet, ich weiß aber nicht mehr welches das war, das heißt ich nehme jetzt einfach eins und hoffe, dass es nicht das war, was das macht, sonst muss ich es zweimal rendern, ich hoffe mal, dass ich das Richtige nehme. Aber fangen wir jetzt an, WM, um was geht es heute? Ich gehe schnell durch die Gruppen durch, werde ein bisschen was zu den Gruppen sagen, was mir einfällt und dann natürlich zu dem Spiel, was heute anfängt, also anfängt, was die WM eröffnet, Saudi Arabien oder Russland gegen Saudi Arabien und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und zwar direkt mit der Gruppe Russland, Saudi Arabien, Ägypten, Uruguay, das ist die erste Gruppe. Zu Russland und Saudi Arabien sage ich dann einfach was, wenn ich zu dem Spiel komme, deswegen lassen wir das erstmal weg und gehen jetzt direkt zu Ägypten und Uruguay. Ja, Ägypten hat den berühmten Salah aus Liverpool, der ja angeblich wieder fit sein soll zum Start der WM, ich bin gespannt, abgesehen jetzt vielleicht von Portugal zur letzten EM, ist es eigentlich so, dass ein wirklich guter Spieler nicht wirklich irgendwas entscheiden kann über die Länge von so einer Meisterschaft, egal ob EM oder WM. Deswegen denke ich, dass Ägypten da auch keine wirklichen Außenseiterchancen hat. Eventuell kommen ein paar coole, spektakuläre Tore, sollte er wirklich spielen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er wirklich dann spielt oder ob er vielleicht im ersten Spiel spielt und dann zeitlich ausgewechselt wird und der Traum ist vorbei, keine Ahnung, werden wir sehen. Portugal hatte auch viel Glück bei einer WM, ist meiner Meinung nach der unverdienteste Meister aller Zeiten, ich weiß nicht, Griechenland ist vielleicht was hervorher, aber ansonsten, Portugal ist in der Vorrunde weitergekommen, ohne ein Spiel gewonnen zu haben, nur weil es diese blöde neue Regelung gab. Von daher, naja, aber insgesamt hatte Portugal natürlich eine stärkere Mannschaft als Ägypten und mit Ronaldo natürlich auch nochmal einen Spieler, der vielleicht nochmal einen Tick entscheidender ist als ein Salah, aber wie gesagt, ich lasse mich gerne überraschen, bin gespannt, wie Ägypten spielt, aber sehe da jetzt nicht wirklich viele Chancen. Uruguay hat eigentlich außer am Anfang der ersten Meisterschaften, wo sie mal gewonnen hatten, auch nicht wirklich groß was gezeigt, hat immer mal den ein oder anderen geilen Spieler, wie heißt, wie hieß der eine gleich, aber jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, der auch eine Zeit lang ziemlich gehypt wurde, aber dann auch nie wirklich so mega krass durchgestattet ist. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine, ansonsten ist es auch egal, aber Uruguay sehe ich hier in der Gruppe definitiv am stärksten, weil ich Russland eigentlich nicht wirklich viel zutraue, wie gesagt, dazu kommen wir dann noch. Und ich würde sagen, Uruguay erster, vom Papier her Russland zweiter, knapp vor Ägypten und dann Saudi-Arabien, aber ich würde sogar behaupten, dass Ägypten weiterkommt und Uruguay, also Uruguay erster, Ägypten zweiter, weil Russland hat so einen riesen Druck auf den Schultern, die zerbrechen einfach am Druck und werden nicht mehr ansatzweise ihre Leistung aufs Feld bringen, deswegen sage ich erster Uruguay, zweiter Ägypten, dritter Saudi-Arabien und vierter Russland. Gruppe B, da haben wir auch direkt Portugal, interessante Gruppe mit Portugal gegen, mit Portugal, Spanien, Marokko und Iran und da ist, denke ich, das Machtverhältnis relativ klar. Und klar, Spanien wird erster, Portugal zweiter und dann Marokko und Iran können sich streiten, da weiß ich nicht genau, wer besser ist, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, Portugal ist zwar der amtierende Europameister, aber in meinen Augen absolut unverdient, die waren nicht mal ansatzweise das stärkste Team in der EM und ich glaube, das einzige Spiel, was sie verdient gewonnen hatten, war halt wirklich das Finale. Und ansonsten jedes andere Spiel, sie hätten ja schon gegen die Schweiz rausfliegen müssen und ach Gott, ich würde gar nicht drüber nachdenken. Egal, ihr wisst, wie es in Gruppe B aussieht. Ich würde sagen, Spanien ist natürlich wie immer auch ein Anwärter auf den WM-Titel, aber in meiner Top 3 ist sie nicht dabei. Also ich sehe da eigentlich zum Beispiel Frankreich zur Zeit stärker. Da kommen wir auch direkt zu Frankreich in Gruppe C nämlich. Frankreich, Australien, Peru, Dänemark. Eine ziemlich schwache Gruppe, wie ich finde. Also da hat Frankreich vielleicht von den Top-Favoriten somit die leichteste Gruppe erwischt, weil... Ja, was soll man sagen, Australien, Peru, Dänemark, das sind alles sehr, sehr einfache Gegner, würde ich behaupten. Denn Australien ist ja in die Asien-Gruppe gewechselt, um sich über die Asien-Gruppe zu qualifizieren, was leichter ist als über die Ozeanien-Gruppe, zu denen sie eigentlich gehört haben. Und... Ist aber trotzdem nicht wirklich gut, auch wenn es ein ganzer Kontinent ist, der da spielt. Ist halt nicht wirklich dicht besiedelt. Peru, ja, lateinamerikanische Mannschaften, da hat man immer das Gefühl, die können mal irgendeinen Zauberfuß auspacken. Aber es ist auch nichts Besonderes und Dänemark traut eigentlich gar nichts weiter zu. Die haben vielleicht ein, zwei ganz gute Spieler, aber insgesamt sehe ich sie nicht wirklich weit vorn. Erster wird in der Gruppe 10 mit Sicherheit Frankreich. Und zweiter, denke ich, wird Australien, wobei auch Peru noch zutrauen würde und Dänemark wird wahrscheinlich Letzter. Aber ich muss zugeben, zweiter kann hier eigentlich jeder werden in der Gruppe. Also Frankreich klar erster, aber zweiter kann eigentlich jeder werden. Australien, Peru, Dänemark, wenn die einen guten Lauf bekommen, wenn die gut rein starten, traue ich jeden von denen. Da kriege ich einen zweiten Platz zu. Also da ist es ab dem zweiten auf jeden Fall offen, würde ich sagen. Gruppe D, Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria. Das ist auf jeden Fall schon eine etwas stärkere Gruppe. Ich würde sagen, hier auch klar Argentinien. Ah ja, Frankreich ist auch eine meiner Titelfavoriten. Definitiv, das haben wir nebenbei. Argentinien zähle ich nicht zu den Titelfavoriten, auch wenn da Messi spielt. Aber insgesamt, weiß ich nicht, traue ich denen einfach nicht so viel zu. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass sie Weltmeister werden. Aber natürlich werden sie erster in der Gruppe. Davon gehe ich stark aus. Wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, ich traue sogar Kroatien zu, wenn Argentinien es eben nicht schafft, irgendwie die Leistung auf den Platz zu bringen. Und Kroatien war das letztes Mal zur EM oder war das zur letzten WM, wo die ganz gut gespielt haben. Und dann... Ich glaube, das war zur letzten WM in Brasilien, oder? Da haben die ganz gut gespielt. Und sind relativ unverdient rausgelogen. Das ist auch nicht ganz so schlimm. Argentinien wird hier erster. Wenn es normal zugeht, ansonsten könnte es auch Kroatien werden. Und ich denke, der zweite Platz wird zwischen Kroatien und Nigeria dann ausgemacht. Falls sollte Argentinien erster werden. Das ist schwierig zu sagen. Also Kroatien hat halt mit Mandzukic, mit Modric, auch noch den ein oder anderen, und dann gibt es bestimmt auch noch einen oder anderen mehr, an den ich jetzt nicht denke, hat halt auch noch den ein oder anderen wirklich sehr guten Spieler. Von daher, so eine ganz leichte Außenseiterrolle, äh Quatsch, so eine kleine Geheimfavoritenrolle haben sie schon. Also in der Gruppe jetzt, aber nicht auf den Titel. Das ist Quatsch. Und Nigeria ist für mich eigentlich ein relativ unbeschriebenes Blatt, einfach weil ich die afrikanischen Mann darf nicht wirklich gut kennen. Island ist halt einfach Island, also nicht wirklich so gut. Gruppe E, Brasilien, Schweiz, Costa Rica und Serbien. Hier würde ich sagen, ist Brasilien natürlich das stärkste Team in der Gruppe. Und dann müsste eigentlich fast schon die Schweiz kommen, oder? Ist Serbien besser als die Schweiz? Ich weiß es gerade nicht. Aber, ähm, die Schweiz haben eigentlich in den letzten Turnieren, wie gesagt, zur letzten EM hätten sie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem K.O.-Spiel das war. War das im Achtel- oder Viertelfinale gegen Portugal? Auf jeden Fall haben sie in den K.O.-Runden gegen Portugal gespielt, waren die klar bessere Mannschaft. Und ich glaube... Ich glaube, Portugal hatte auch nur durch Elfmeterschießen unverdient gewonnen, weil in der Verlängerung, genau, ich erinnere mich, in der Verlängerung hat nämlich die Schweiz nochmal alles rausgehauen, hatten mindestens einen Alutreffer, wenn nicht sogar noch mehr, und haben trotzdem dann im Elfmeterschießen verloren, weil sie vorher das scheiß Ding reinbekommen haben. Das war sehr ärgerlich. Schade, Schweiz. Aber die Schweiz hat immer gut gespielt, das sind die letzten Turniere. Deswegen sehe ich dann hier doch die Schweiz als zweitstärkste Mannschaft nach Brasilien. Und wisst ihr was? Brasilien ist auch kein Titelfavorit, in meinen Augen. Also, die müssen mir erstmal nach den letzten, vor kurzem Turnieren beweisen, dass sie Bock haben, ein Team zu sein. Es reicht halt nicht nur, Einzeltalente zu haben oder Einzelkönner zu haben, einen coolen Neymar im Team zu haben, sondern man muss halt auch als Team funktionieren. Und das hat Brasilien in den letzten Jahren meiner Meinung nach nicht so gut hinbekommen. Und klar kann man jetzt sagen, sie waren im Halbfinale der letzten WM, aber das war halt auch wieder total unverdient. Die hätten in der Vorrunde schon rausfliegen müssen. Ich weiß nicht mehr genau gegen wen. Das könnte sogar sein gegen Kroatien. Haben sie unverdient gewonnen. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, Brasilien hätte in der Vorrunde rausfliegen müssen. Hätte gar nicht erst ins Halbfinale kommen dürfen. Und dann wurden sie ja im Halbfinale 7 zu 1 von uns. Von uns zerstört. Wobei ich alles sagen muss, dass mir dieses Herumreiten auf diesen 7 zu 1 geht mir so auf den Sack. Jedes Mal, wenn irgendwas im Facebook steht, über Brasilien oder so, ist meistens der Kommentar mit den meisten Likes, ist fast immer ein Kommentar, wo halt irgendwie dieses dumme 7 zu 1 angesprochen wird. So von wegen, ja, aber lelelelelel. Das letzte Mal habe ich zum Beispiel gelesen, da ging es irgendwie um Neymar, Legende, bla, oder irgendwelche Legendenspieler von Brasilien. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall halt irgend sowas in die Richtung. Und dann hat irgendjemand halt drunter geschrieben, Neymar ist eine Legende. Er war nämlich in dem Team, das 7 zu 1 gegen Deutschland im Halbfinale verloren hat. Ha, 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 ha. Mega lustig, ey, mega lustig. Wie gesagt, ich bin großer Fußballfan. Ich bin natürlich großer Deutschlandfan im Sinne von Fußball. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut über den Titel. Ich meine, ich habe mir deswegen ja auch dieses Trikot gekauft. Und ja, mit Absicht habe ich gekauft mit 3 Sternen, weil ich das Trikot haben wollte, was sie während dieser WM getragen haben. Weil sie haben ja nicht gespielt mit einem Trikot, das 4 Sterne hatte, sondern sie haben gespielt mit einem Trikot, das 3 Sterne hatte. Sollen die jetzt auch wieder die WM gewinnen, dann werde ich mir auch jetzt wieder das Trikot kaufen mit 4 Sternen. Ähm, ja genau, also ich bin großer Fan, aber und ich habe natürlich auch dieses 7 zu 1 mehr als genossen. Das war super geil. Aber dieses drauf rumreiten, vier Jahre später und halt, äh, das Aufziehen quasi der Brasilianer damit. Und ich weiß, dass halt auch viele einfach bösartig meinen. Also von wegen, ihr seid total beschissen scheiße, scheiß Brasilien. Weil Brasilien hat halt einfach die meisten WM-Titel und so und ist einfach, wenn man es nur an den Erstplatzierungen misst, die erfolgreichste Mannschaft. Wenn man es insgesamt betrachtet, bin ich der Meinung, jetzt Deutschland die erfolgreichste WM-Mannschaft oder, ja doch, die konstanteste WM-Mannschaft auf jeden Fall, weil sie halt am meisten im Finale stand und so weiter und so fort und ich glaube auch am meisten im Halbfinale und sich auch am meisten qualifiziert und so weiter und so fort. Ist egal, auf jeden Fall. Ich finde es halt einfach ein bisschen respektlos, Brasilien gegenüber immer den hier aufzuziehen mit diesen 7-1. Keine Ahnung, ist nicht mein Style, aber muss jeder selber wissen. Trotzdem sehe ich die halt nicht als WM-Favorit. So, wie gesagt, Brasilien erster in der Gruppe E, dann denke ich, Schweiz wird zweiter, Serbien dritter und Costa Rica wird wahrscheinlich letzter werden. Wobei Costa Rica hat glaube ich einen guten Torhüter, aber das wird nicht reichen. Gruppe F, oh, jetzt kommt die Deutschlandgruppe. Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea. Ist eine interessante Gruppe, ist auch nicht die leichteste Gruppe, nicht so wie bei Frankreich. Hier ist natürlich Deutschland auf den ersten Platz, dann kommt, würde ich sagen, ist nicht zu sagen, ist schwer, schwer. Schweden spielt teammäßig ganz gut. Mexiko hat den ein oder anderen interessanten Spieler wie Titorito. Südkorea, ach, ich liebe einfach diese asiatischen Mannschaften, vor allem Südkorea und Japan. Weiß auch nicht, die mag ich einfach total. Von daher, die sind halt schnell wendig, haben meistens gute Ausdauer und die haben auch einen Sonnen, die haben einen, mehr Fall mit dem einen, aber die haben einen Sonnen, guter Stürmer. Von daher, also ich glaube, hier kann echt jeder Zweiter werden. Ich denke und hoffe, dass Deutschland Erster wird in der Gruppe, aber ich denke, hier kann jeder Zweiter werden. Und ganz ehrlich, Deutschland ist momentan nicht auf Platz 1 Favorit. Also, ich würde die eigentlich momentan nur in den erweiterten Favoritenkreis zählen, aber abwarten. Abwarten, ich sehe sie einfach nicht so konstant und gefährlich wie vor vier Jahren. abwarten, Tee trinken und gucken, was passiert. Ich hoffe einfach, dass sie an den Aufgaben wachsen und, ja, dass sie einfach besser werden während des Spielens, während der Spiele und einem ein gutes Gefühl geben. Weil momentan sehe ich zum Beispiel Frankreich vor Deutschland. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Mein persönlicher Wunsch ist einfach wieder mindestens das Halbfinale. Also wenn wir wieder ins Halbfinale kommen, bin ich zufrieden. Klar ist immer scheiße im Halbfinale zu verlieren. Im Finale zu verlieren ist noch schlimmer. Und in dem Moment bin ich dann auch angepisst oder ärgere mich darüber, dass wir rausgeflogen sind. Aber ich werde im Nachhinein auf jeden Fall zufrieden sein mit einem Halbfinale. Von daher, das wäre wieder mein Wunsch mit dem mindestens Halbfinale. Gruppe G, Belgien, Panama, Tunesien, England. Da haben wir die vorletzte Gruppe. Belgien, der ewige Außenseiter-Favorit, also der ewige Geheim-Favorit. So dumm, die haben eigentlich immer eine ziemlich gute Mannschaft, aber kriegen es einfach nicht auf den Platz und werden einfach wieder mal, nicht mal ansatzweise, Weltmeister werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Stand jetzt, glaube ich, bisher einmal im Finale, dann haben sie verloren. Belgien und England, das ist hier beides sehr gute Mannschaften. Ich glaube, weil ich einfach England ein bisschen mehr das Teamspiel zutraue, krabbelt mein Knie, würde ich sagen, sehe ich hier England einen Tick vor Belgien und würde sagen, England wird Erster, Belgien wird Zweiter und Panama und Tunesien können sich drum streiten, wer Letzter und Vorletzter wird. Das ist eigentlich eine interessante Gruppe, weil es halt wirklich zwei sehr gute Mannschaften sind und zwei eher schlechte Mannschaften und es dadurch halt, naja, eigentlich langweilig ist, fällt mir gerade so auf, weil es geht ja nur darum, wer Erster und Zweiler wird und wer Dritter und Vierter wird und wer Dritter und Vierter wird, ist eigentlich egal aber solche Gruppen sind auch immer gut für mega krasse Überraschungen, deswegen mal schauen. Jetzt kommen wir zur letzten Gruppe und zwar H, Polen, Senegal, Kolumbien und Japan. Ja, Japan, ah, wie ich mich freuen würde, wenn Südkorea und Japan weiterkommen würden. Natürlich, Südkorea dürfte nur Zweiter werden, weil es ja die Deutschlandgruppe und Japan könnte von mir auch Erster werden, wäre mir egal, aber wie ich mich freuen würde, wenn die weiterkommen würden und ihre Vorrunden überstehen. wird es sehr schwer in der Gruppe und für Japan ist es eigentlich auch ziemlich schwer, weil Polen und Kolumbien sind halt wirklich zwei Mannschaften, die man nicht unterschätzen darf. Ich denke gerade Polen, Lewandowski, Piszczek und noch der eine oder andere interessante Spieler. Kolumbien, spielt der Falcao noch bei Kolumbien? Hanna hat überhaupt bei Kolumbien gespielt, ich glaube, als Kolumbianer, aber spielt der? Ich weiß gar nicht. Aber egal, Kolumbien ist halt wieder ein lateinamerikanisches Land und dann die, 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 die dribbeln sich durch, die dribbeln sich durch. Weil schauen, vom Senegal weiß ich nicht viel, den kann man sich nicht wirklich leisten und Japan schnell, klein, wendig, Flitzer, Kickers, äh, Captain the Barca und wie sie alle heißen. Mal schauen, was Japan zeigt. Ich denke aber trotzdem, dass der erste und zweite Platz zwischen Polen und Kolumbien ausgemacht wird und Japan in guten dritten Beleg und zehniger letzter. Aber, ich traue Japan auch im zweiten oder ersten Platz zu. Mal schauen, ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele und kommen jetzt zum Ende nochmal zum Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Also Russland sollte rein theoretischerweise besser sein als Saudi-Arabien. Ich denke aber trotzdem, dass sie maximal Unentschieden schaffen. Also ich könnte mir ein langweiliges 0-0 vorstellen, ich könnte mir ein glückliches 1-0 für Saudi-Arabien vorstellen, ich kann mir aber irgendwie keinen möglichen Sieg für Russland vorstellen, weil Russland, die haben einfach so eine Last, also quasi vor vier Jahren haben die ja schon die Last der WM 2018 auf ihren Schultern gespürt, weil sie damals schon gesagt haben, ja, sie müssen jetzt gucken, dass sie schauen und tun und machen und gut werden. Dann die EM letztes Mal vor zwei Jahren genau das gleiche, total, also miserables Russland, haben einfach nur scheiße gespielt und ich denke, die werden einfach zerbrechen an ihren Erwartungen und an den Druck einfach, den sie haben. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das das wird. Im eigenen Land, die WM, das ist halt einfach so ein krasser Druck. Ich denke, die werden total hoffnungsuntergehen und mich würde es nicht wundern, wenn die Letzter werden in der Gruppe und, ja, total, voller Schande die Vorrunde nicht überstehen. Deswegen glaube ich nicht, dass Russland heute Abend gewinnt, also theoretischerweise sollten sie und vielleicht überraschen sie mich auch und spielen sich total frei, wenn sie einen hohen Sargenten erzielen würden, also sagen wir mal ab einem 3-0 oder vielleicht auch ein schönes 2-0, also wenn sie einfach einen schönen Sieg hinlegen, dann ist es vielleicht auch ein befreiender, ein befreiender, ein befreiender Sieg und dann ist vielleicht ein bisschen was drin, dann werden sie vielleicht Zweiter in der Gruppe, aber das muss halt, da muss, denke ich, viel mit zusammenkommen, ich glaube nicht, dass es was wird. Lasst mir eure Meinung ab, was denkt ihr über die WM, über die Gruppen, über das heutige Spiel, ich werde dann versuchen, morgen die nächste Folge aufzunehmen, das heißt, der Nachbericht zu dem Spiel und der Vorbericht zu den nächsten, heute ist ja nur ein Spiel, ab morgen sind es dann drei, von daher schauen wir mal, das erste geht 14 Uhr, jetzt glaube ich los, ne, schauen wir mal, genau, morgen ist dann 14 Uhr Ägypten, Uruguay, Marokko, Iran 17 Uhr und Portugal Spanien 20 Uhr, Oh, Portugal Spanien ist das erste Highlight auf jeden Fall, ich bin gespannt, das kommen wir aber dann erst morgen zu, in diesem Sinne, bis morgen, euer Praxis, tschö tschö, ich hoffe, ihr habt Spaß dran und gebt mir ein Like und einen Daumen und alles, macht einfach, seid cool, tschö tschö, ach und bitte, bitte lasst das Rendern direkt funktionieren, ja, kein Bock hier alles 300 Mal zu rendern, das dauert ja ewig, ne, noch hochladen, am Ende wird das Video wieder nicht online sein, bevor es Spiel losgeht, aber, naja, ich versuch's, vielleicht schaffe ich's ja auch heute einfach, noch heute dann das nächste Video aufzunehmen, nachdem das andere Spiel vorbei ist, mal gucken, ob ich das hinbekommen, macht's gut.